Disney. Träume werden wahr. Prinzessinnen. Willkommen zur königlichen Pferdeschau. Ich bin Cinderella und freue mich, dass du mitmachst. Cinderella freut sich, dass ich mitmache. Ja. Ich nehme natürlich Pink. Okay. Ich nehme die unbenutzte, pinke Schleife. Die anderen waren alle schon benutzt. Da hat sich Cinderella schon den Popo mit sauber gemacht. Was für eine hübsche Farbe. Wow. Oh mein Gott. Das läuft ja von ganz alleine. Das ist gar nicht mal so schön. Gar nicht mal so gute Grafik. Ja. Und damit, meine Lieben, herzlich willkommen zu Disneys königliche Pferdewelt. Ein wunderbarer Spiel voller Königinnen und Pferde. Hallo. Willkommen bei der königlichen Pferdeschau. Hi. Ich bin Cinderella. Ja. Ich freue mich sehr, dass du heute kommen konntest. Ich mich auch. Ist das nicht eine wunderhübsche Aussicht? Ja. Hier bei uns im Schloss gibt es so viele herrliche, schöne Orte zu sehen. Und es gibt so viel zu erleben. Echt? Also los geht's. Wow. Klick mit deinem Zauberstab auf eines der Banner, um den jeweiligen Ort zu besuchen. Okay. Ich klicke mit meinem Zauberstab auf einen Banner. Ich habe einen Zauberstab. Uh, magisch. Magisch. Okay, komm, wir fangen mal links an, ne? Wunderbar. Ja. Los geht's. Okay. Mein Zauberstab klickt ganz wunderbar. Oh, was ist denn das? Hallo, ich bin Prinzessin Aurora. Aurora. Und ich freue mich, dich hier in den königlichen Stallungen zu begrüßen. Das ist einer meiner Lieblingsorte, musst du wissen. Wir werden bestimmt viel Spaß zusammen haben. Sind das alles Araber? Ich komme gern hierher, um all die Pferde zu besuchen. Du doch sicher auch. Ja. Du kannst dir hier irgendein Pferd zum Schmücken aussuchen. Wähl mit deinem Zauberstab einfach das gewünschte Pferd aus. Geil. Ja, halt, Aurora, warte doch mal. Aurora, wir sind noch nicht fertig, wir zwei. Hey. Sie ist weg. Nein, ich will erst in den Stall. Oh, ein Vogel. Hey, komm her. Komm her. Mach dich fertig. Oh mein Gott, da kommt jeder auf mich zu. Oh mein Gott. Also, wir nehmen den Pallo, oder? Bärensteinfeuer. So heißt doch niemand. Was ist denn das? Okay, und wie heißt das? Sterntaler. Und das ist... Oh, eine Mietekatze. Hey. Nein, ich bin die Mietekatze. Natürlich darfst du in den Stall, um ein Pferd zu schmücken. Aber du musst dir zuerst dein Lieblingspferd aussuchen. Ja, ja, wie heißt das? Wie heißt das? Amulett. Ah, und das? Nebelschleier. Nebelschleier. Mhm. Und das? Bärensteinfeuer. Wir nehmen Nebelschleier. Der Apfelschimmel hat eine lustige Persönlichkeit. Ja, du auch. Oh Gott, das ist... Wie das läuft. Oh mein Gott, als wäre es irgendwie... Müsste es mal dringend auf Toilette. Aber hübsch sieht es aus. Alles klar, Schiff. Okay. Ja, nein, das ist... Also, ich möchte den prächtigen Schmuck schon auf... mit meinem Zauberstab auf das Pferd legen. Achso, ich... Ach, mehr kann ich nicht? Ach, ist das so? Oh. Wow. Oh mein Gott. So beautiful. Das machst du sehr gut. Gott, Leute. Was macht ihr immer nur mit mir, ey? Ja, das hier, ne? Das sieht wunderhübsch aus. Das sieht richtig geilo aus. Leute, checkt mal das. Was sind das für komische Rüschen-Dinger? Ey, das sind doch keine Bandagen. Das sieht aus wie solche komischen... Also, ihr wisst schon, in welchen Etablissements sowas getragen wird. Wie wär's mit einer geschmückten Mähne? Wie wär's, wenn du mal ein bisschen den Rand hältst? So. Wirklich hübsch. Okay. Ja, das natürlich. Oh, wunderbar ausgesucht. Und das Pferd so. Ja, toll. Ganz gut hast du das gemacht. Geh weg, Vogel. Wenn du willst, erinnert sich ein Zauberhufeisen an die genaue Anordnung deines Schmucks. Es ist ganz einfach. Nimm ein graues Hufeisen und leg es in eine der drei Halterungen. So. Wie wär's denn... Also, ich muss sagen, dein Pferd sieht ganz bezaubernd aus. Ja, das muss ich jetzt auch mal so sagen. Dein Schmuck ist wunderbar. Gott. Ja, das ist schon sehr geil. Was für ein hübsches Pferd. Das sieht echt gut aus. So ein bisschen... Für eine Prinzessin wie dich. Ach so, für eine... Für eine Prinzessin wie mich. Das sieht so hübsch aus. Hm, das sieht wirklich hübsch aus. Schön blau und blummig. Das ist... Also, für eine Prinzessin wie mich ist das absolut... Oh, wie hübsch. Das ist absolut der Oberhammer. Wie wunderbar. Oh mein Gott. Ein außerordentliches Pferd. Ja, das auf jeden Fall. Das ist wirklich... Wirklich außerordentlich. Warte mal, wir machen mal... Das passt bestimmt super gut zusammen. Das und das. Und hier... Jetzt so. Oh ja, der Schmuck, den du dir ausgesucht hast, gefällt mir sehr. So laufe ich immer in Star Stable rum. So nichts passt irgendwie zueinander. Hauptsache den Vogel treten. Warte mal, da kann ich doch bestimmt mal was richtig... Sieht wunderhübsch. Sieht aus wie so ein Saturnnachthemd. Oder so. Ein recht enges. Oh, was für eine tolle Idee. Wie hübsch. Sieht aber auch immer so. Oh, eine tolle Idee. Hässlich, aber eine tolle Idee. Wirklich hübsch. Moment. Ich werde eben den Raum verlassen, um mich zu übergeben. Oh, wunderbar ausgesucht. Ah, eine sehr tolle Idee. Das hast du sehr schön ausgesucht. Oh, was für eine tolle Idee. Oh, wow. Äh. Okay. Möchtest du wirklich gehen? Ja. Noch nie hat Nebelschleier zauberhafter ausgesehen. Jetzt brauchst du nur noch einen besseren Namen. Ach ja, wie. Hä? Was ist denn Nebelschleier? Wolltest du nicht mal ein geiles Kostüm tragen? Oder wie? Sobald du zwei Pferde geschmückt hast, erwartet dich eine Überraschung vor dem Stall. Scheiße, geil. Okay, ich mach noch ein zweites. Ich mach noch Bernsteinfeuer. Ja. Ja. Das ist ein Pallo. Das wusste ich. Das rennt komisch. Hi. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich auch. Hast du schon mal von einem wunderschön geschmückten Pferd getreut? Nein. Äh, ja. Hier findest du eine große Auswahl an prächtigem Schmuck, um dir diesen Traum zu erfüllen. Ah, das ist ja interessant, wie sie einfach so weg geht. Das Pferd guckt mich so an mit diesem Blick, so. Mach mich ja hübsch, okay, du Penner. Ähm, was mach ich dich denn, Türkis? Das machst du sehr gut. Das passt doch schön. Ach, der Schweif geht doch auch. Oh, wunderbar ausgesucht. Ja, es ist schön. Oh mein Gott. Du hast wirklich ein Händchen fürs Schmücken. Ja, ich drück einfach immer nur selber. Oh, dein Pferd ist aber elegant. Okay, es sieht schon ein bisschen geil aus. Ähm, warte mal. Was ist denn hier mit? Oh, wie hübsch. Also, ja, übertreibst du mich ein bisschen? Ich find, du übertreibst ein bisschen. Oh ja, der Schmuck, den du dir ausgesucht hast, du fängst dir sehr. Oh, wie hübsch. Ich darf's gar nicht zugeben, aber ich gewöhne mich so langsam daran, wie die aussehen. Ich find das ganz gut eigentlich. Das ist, also, das sieht ganz gut aus an ihrem, an ihr, an ihm. Stell dir vor, dass es ein, stell dir vor, dass es ein Hengst und der läuft so rum. Welche Stute lässt ihr denn noch ran? Ja, vielleicht nur ein anderer Wallach. Aber ansonsten, glaube ich, gibt das eher Probleme in der Fortpflanzung. Ach, die Hufe. Guck mal, das hab ich vorhin gar nicht gemacht. Dein Schmuck ist wunderbar. Wie wunderbar. Ein außerordentliches Pferd. Ja. Also, ich muss sagen, dein Pferd sieht ganz bezaubernd aus. Also, ich muss sagen, da würde ich auf jeden Fall gern drauf reiten, auf dem Pferd. So, komm, komm mal hier. Nee, komm. Da. Hä, was ist das da mit? Kann ich das hier drauf verwenden? Ah. Ja, nochmal. Wir übernehmen das Outfit nochmal hier eben. Das war so mit dem, ne? Sie ist wunderhübsch. Das ist so geil. Pferde gehören zu meinen absoluten Lieblingstieren. Oh, komm, so kleine Hausschuhe. Das ist so total süß. So kleine Rüschenschuhe. Ei, 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 ei. Du hast wirklich ein Händchen fürs Schmücken. Ihr entstellt die Pferde total. Was ist denn mit euch? Okay. Ja, geil. So will ich das. Du hast Bernsteinfeuer richtig hübsch gemacht. Ich weiß, ich weiß, Bernsteinfeuer ist... Jetzt ist Bernsteinfeuer auch mal ne... Oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Sieh nur. Ja. Was für ein hübsches, schwarzes Pferd. Wo kommt das denn her? Sie heißt Mitternacht. Mitternacht. Wenn du zwei verschiedene Pferde schmückst, erwartet dich eine weitere Überraschung. Oh mein Gott, was? Dieses wunderschöne, schwarze Pferd heißt Mitternacht. Ja. Und sie sieht geschmückt sehr elegant aus. Ab, warten wir ab. Wenn ich sie schmücke, sieht sie bestimmt richtig elegant aus. Oh, willkommen. Wie schön, dass du die Stallungen wieder besuchst. Na? Ich komme gern hierher, denn hier gibt es so viel schönen Pferdeschmuck zur Auswahl. Kannst du gehen? Geh jetzt bitte. Danke. Geh nach rechts aus dem Bild. Danke. Okay. So. Du siehst ja viel... Oh, grün. Ja, es ist so schön. Oh, wie hübsch. Oh, ja. Das sieht so geil aus. Oh mein Gott. Wie hübsch. Wie hübsch. Ah, ich habe es weggelöscht. Sorry. Ähm. Wie wunderbar. Ach, das sieht doch... Wirklich hübsch. Ach, grün passt eigentlich gar nicht zu dem schwarz, oder Leute? Oh ja. Der Schmuck, den du dir ausgesucht hast, gefällt mir sehr. Stimmt überhaupt nicht. Das passt gar nicht zueinander. Was passt denn zu dem schwarz? Das sieht so hübsch aus. Wie wäre es denn hiermit? Wow. Einfach wow. Nee. Ich glaube nicht. Also, ich muss sagen, dein Pferd sieht ganz bezaubernd aus. Also, ich muss sagen, ich hätte gerne mal eine Ruhe. Das sieht wunderhübsch aus. Als außerordentliches Pferd. Hm. Was ist mit den Herzen? Oh, was für eine tolle Idee. So ein schwarzes Herzpferd, hm? Oh, wunderbar ausgesucht. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wird's. Oh, dein Pferd ist aber elegant. Ja, ja, ja. Was für ein hübsches Pferd. Geradezu perfekt für eine Prinzessin wie dich. Okay, das sieht... Das ist okay. Wir lassen das so. Das sieht gut aus. Das ist okay. Es gibt nur drei Halterungen. Also kannst du nur drei Ausstaffierungen gleichzeitig speichern. Voll der Scheiß, ey. Oh, ich hätte mir nie erträumt, dass Mitternacht so hübsch aussehen kann. Doch, wenn Peggy das schmeckt, dann sieht Mitternacht immer richtig schön aus. Und jetzt muss ich noch einen... Einen muss ich noch. Dann kriege ich noch eine Überraschung. Wolltet ihr die Überraschung sehen? Ja? Dann nehmen wir Sternthaler. Ja. Ich stehe auf Schimmel. Ja, ich... Ich weiß. Den Namen habe ich schon mitbekommen. Kannst du mir nochmal sagen? Ja? Ja, vorhin. Prächtig. Im Schmuck, um dir diesen Traum zu erfüllen. Okay, cool. Geh. Geh einfach. So, Sternthaler. Wie werde ich denn dich jetzt verhundepiepeln? Verhunzen. Oh, wie hübsch. Okay, warte mal. Ich mache mal... Wirklich hübsch. Hm, das passt so gar nicht zusammen. Aber ich glaube, sie findet es wirklich hübsch. Ja. Was machen wir denn da in die Haare? Blumen. Dein Schmuck ist wunderbar. Ja, das stimmt. Du hast wirklich ein Händchen fürs Schmücken. Okay. Da einfach ein Seil drum. Einfach ein Seil. Einfach hier so ein Strick. Wie hübsch. So, den hätte ich jetzt auch gern. Und da machen wir noch diese grünen Kappen drauf. Wow. Es sieht so geil aus. Es sieht... Ich glaube, Sternthaler mag ihren neuen Schmuck. Ja, ich glaube, Sternthaler hasst mich. Oh, eine weitere Überraschung. Guck mal, was ist denn da? Was ist denn da? Ach du meine Güte, noch ein hübsches Pferd. So eins nennt man Schecke. Der Name lautet Gubelang. Gubelang, Schecke. Wenn ein Pferd so eine Farbe hat, nennt man es Schecke. Das ist ein bisschen dünn hinten, oder? Sind das Araber? La du Gubelang. Oh, willkommen. Wie schön, dass du die Staffeln wieder besuchst. Boah, ich kann sie wegbeben. Das ist geil. Oh, ich habe was Neues. Du hast wirklich ein Händchen fürs Schmücken. Ah, ja, ich habe ein Händchen fürs Schmücken. Sie sieht aus wie Amadeus Mossart. Das sieht so hübsch aus. Ja, das sieht richtig hübsch aus. Ein außerordentliches Pferd. Ein außerordentliches Pferd. Ja, das ist bei mir jetzt alles außerordentlich. Also, ich muss sagen, Dein Pferd sieht ganz bezaubernd aus. Gar nicht schwul. Möchtest du wirklich gehen? Ja. Aber ich finde sie richtig hübsch. Die sind richtig süß aus. Die Gubelang sieht einfach atemberaubend aus. Ich finde, der Schmuck ist schon geil. Sowas hätte ich gerne in anderen Pferdespielen auch mal. Es wäre cool, wenn ich das jetzt anhaben würde. Das wäre nice. Jetzt bin ich fertig hier. So schnell.